Hey, Sabrina! Hey, Sophie! Ja, hallo, hier ist der Bundesmoderator samt Kameramann. Olli, hallo! Hallo! Wir sind, glaube ich, eure größten Fans der Couch-Garnitur, obwohl der Name total abgespaced ist. Das müssen wir schon lassen, euch, ja? Naja, wir wollten uns eigentlich wieder mal einladen. Wir gucken jede Woche, Mittwoch, gucken wir uns gerne euer Format an, weil ihr beiden Ladies macht es super. Hey! Ja, nun manchmal finde ich das ein bisschen blöd, dass die eine von euch immer dir das Bein, über die Lehne wirft, ja, und so desinteressiert die Sendung macht. Ne, Olli? Ja, finde ich auch nicht gut. Ach, nee, das ist ein anderes Format. Das ist doch diese Sitzgruppe. Ich will nicht. Entschuldigung, das seid ihr ja gar nicht gewesen. Aber trotzdem, wir beiden Ladies, ja, wir beiden Ladies meinen euch beiden Herren. Nein, scherz. Wir beiden Herren meinen euch beiden Ladies, ja, wir würden gerne bei euch mal zu Gast sein. Nachdem ihr euch bis jetzt noch nicht schriftlich bei uns, ja, sagen wir mal ein Feedback gegeben habt, auf unsere Bewerbung hin, haben Olli nicht gedacht, komm, wir gehen nach NRW-TV, genau, nach NRW-TV gehen wir hin und schleimen uns ein bisschen bei euch ein. Warum kommt NRW-Version mal nicht zu NRW-TV? Und ihr werdet euch freuen, denn an diesem Abend wird nichts zu sein, wie es mal war. Guck mal, selbst da pfeifen schon die Fans uns hinterher. Wir möchten gerne bei euch, ja, zu Gast sein auf der Couch, beziehungsweise ich nur, weil Olli müsste ja filmen. Stimmt. Weil NRW-TV hat doch gar keine Kameramänner mehr, oder? Ich mache den Job, ja. Genau, notfalls macht Olli bei euch auch noch die Kamera, ja? Gerne. Gerne. Hauptsache, ich kann, ja, mit meinem kleinen, poppligen Hintern zwischen euren beiden, ja, genialen, gut gebauten Körpern sitzen und meinen Saft dazu abgeben, was die Themen in Nordrhein-Westfalen sind. Jetzt stehen wir gerade hier an diesem komfortablen Container, wo ihr produziert, aber hier ist nichts los. Und dann stellte Olli fest, Olli, the brain, hinter der Kamera, ey, heute ist ja Sonntag. Und folgendessen produziert ihr gar nicht, weil ihr produziert ja nur jeden Mittwoch. Ja, wir hoffen mal, ihr lest oder beziehungsweise ihr seht diese Videobotschaft auf eurer Facebook-Seite CouchGarniturTV und gebt uns mal ein zeitnahes Feedback. Die CouchGarnitur ist wohl das Beste, was es gibt bei NRW-TV. Nehmen den Bericht vom Schokoladenmuseum und, äh, wo waren die noch überall, Olli? Auch sonst wo ihr wart mit der Kamera, ne? CouchGarnitur, wir lieben euch. Und, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Äh, ich hoffe, wir sind bald bei euch zu Gast. Und liebe Fans der CouchGarnitur, schreibt einfach in den Kommentaren unter diesem Video, ja, wir möchten den Bundesmoderator bei der CouchGarnitur neben Sophie und Sabrina sehen. Und wenn er es nicht macht, dann komme ich erst recht. Tschö. 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 Tschö.